Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach leckere, vegane, glutenfreie Bananenbrötchen zubereitest. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das heutige Rezept gehört mittlerweile auch schon fast zu meinen Klassikern, weil es war nämlich eins der ersten, was ich damals kreiert habe, noch für diverse Rohkost-Potlucks und es ist nach wie vor extrem beliebt. Wir machen das Ganze im Dörrgerät, aber ich denke mal, du kannst die Brötchen auch ganz normal im Ofen backen. Das Rezept findest du auch in meinem Buch Top Ernährt Nichts Entbehrt. Ich setze dir den Link dazu unten in die Infobox. Dort habe ich dir auch die genauen Mengenangaben reingeschrieben. Neben überreifen Bananen brauchen wir für unsere Bananenbrötchen noch Erdmandeln, Flohsamenschalen, Vanille, eine Prise Salz, Medjul-Datteln bereits entsteint und Kakaonips. Als erstes zerkleinern wir die Erdmandeln im Blender und geben sie in eine große Schüssel. Dazu kommen nun die Flohsamenschalen, die Kakaonips, die Prise Salz und das Vanillepulver. Das vermischen wir schon mal grob mit dem Teigschaber. Die Bananen geben wir in einen Hochleistungsmixer zusammen mit den Datteln und pürieren alles zu einer homogenen Masse. Die kommt zu den restlichen Zutaten. Wir verarbeiten alles zu einem homogenen Teig. Der darf ruhig noch ein wenig kleben, das ist kein Problem. Mit angefeuchteten Händen formen wir nun unsere Brötchen und platzieren sie auf eine Dörrfolie. Die Teiglinge kommen jetzt bei 40 Grad Rohkosttemperatur ins Dörrgerät. Dort bleiben sie ca. 18 bis 20 Stunden. So sehen sie aus, wenn sie fertig sind. Sie sollten gut durchgetrocknet sein, aber in der Mitte noch richtig schön saftig. Hier habe ich auch mal eins aufgeschnitten. Besonders lecker schmecken die Brötchen mit selbstgemachter Rohkostkonfitüre. Das Rezeptvideo verlinke ich dir in den Infokarten. Noch ein Tipp für die Zubereitung. Ich habe die Brötchen nach der Hälfte der Dörrzeit von den Folien gelöst und gewendet und habe sie dann direkt auf den Gitterrost fertig dürren lassen. Ansonsten kannst du sie auch super auf Vorrat herstellen und einfrosten und bei Bedarf dann einfach auftauen, eventuell auch noch mal kurz ins Dörrgerät legen und schon sind sie wie frisch zubereitet. In diesem Sinn, probiere die Brötchen unbedingt mal aus und schreibe mir gern in die Kommentare, wie sie dir geschmeckt haben. Und ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib maximal vital. Alles Liebe, deine Fanny.